Musik Wenn ich am Morgen aufstehe und aus dem Fenster raussehe, da reib ich mir die Augen und kann es gar nicht glauben. Ich ruf gleich meine Vita, weil sowas war noch nie da und weil's ihr langsam dämmert, guckt sie auch sehr viel Emme. Was macht ein Dinosaurier in meinem schönen Garten? Er frisst mir die Tomaten weg und den Spinatel zarten. Er macht sich ans Gemüse ran, besonders an die Bohnen. Ich hoffe, das sind Halluzi, Halluzinationen. Musik Die Frieda, meine Gute, ist meine Resolute. Komm, mach mir kein Gejammer und Gas zur Wesenkammer. Sie ist mit ihren Wesen so rütend wie gewesen und stürzt mit einem Schreien sofort hinaus ins Freie. Was macht ein Dinosaurier in meinem schönen Garten? Er frisst mir die Tomaten weg und den Spinatel zarten. Er macht sich ans Gemüse ran, besonders an die Bohnen. Ich hoffe, das sind Halluzi, Halluzinationen. Musik 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 Esau, hoher der Ahnfass, anders gesagt im Schwabfass. Nur spree das helle Stimme, hält er erschrocken innen. Musik 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 Das macht ein Dinosaurier in meinem schönen Garten. Er frisst mir die Tomaten weg und den Spinat im Zarten. Er macht sich ans Gemüse ran, besonders an die Bohnen. Ich hoffe, das sind Halluzinationen. Das macht ein Dinosaurier in meinem schönen Garten.